Kapitel 42 Lucius Malfoy raufte seine Haare. So hatte also diese ganze Farce ein Ende gefunden. Er fühlte sich schlecht und er fand, dass Hermina das alles nicht verdient hatte. Seit einer Woche war sie nun weg und er hatte keine Ahnung, wo sie sich befand. Er hatte eine Eule geschickt, aber diese war nur verwirrt zurückgekommen. Für ihn gab es nur eine logische Erklärung. Sie wollte nicht gefunden werden, und dass Draco sie seit einer Woche nicht ausfindig machen konnte, sprach nun dafür, dass sie sehr gut darin war, zu verschwinden. Was habe ich auch erwartet? Dass sie unauffindbar war, zeigte nur, wie ernst und endgültig ihr Abgang war. Der furchtbare Artikel im Propheten ließ sich für Lucius allerdings nur durch einen Komplott erklären. Jemand musste immerhin dieses Foto geschossen haben, und einen Blick auf den Zustand seines Sohnes in der vergangenen Woche sprach Bände darüber, dass ihn das Ganze nicht kalt ließ. Astoria musste es geplant haben, und sie war erfolgreich. Aber Lucius konnte sich Dracos Leid nicht länger ansehen. Er trank viel und erarbeitete sich zu Tode. Lucius warf eine Handvoll Flohpulver in seinen Kamin und schützte sich mit der anderen Hand am Sims ab. Ungeduldig starrte er die Flammen an, bis endlich eine Verbindung hergestellt wurde und Narcissas arrogantes Gesicht in seinem Blickfeld erschien. »Hallo, Lucius! Ist etwas geschehen?« Betont unschuldig blickte sie ihn an. Lucius' Augenbrauen zogen sich zusammen. Er erkannte diesen Tonfall, erkannte Narcissas genug, um zu wissen, dass sie niemals unwissend blieb. »Du weißt genau, was passiert ist. Sie ist weg«, sagte er, ohne die Ereignisse zu erpräzisieren. Narcissas Augenbrauen wanderten hoch. »Wer ist weg?« Er schnaubte. »Tch, Hermine, und dein Sohn ist untröstlich.« »Untröstlich war noch untertrieben.« »Nun, er hatte offensichtlich eine Mätresse unterhalten. So untröstlich kann er gar nicht sein.« »Narzissa, offensichtlich liebt er seine nun Ex-Frau und sauft sich gerade zu Tode.« Ihr Blick verhärtete sich. »Dann erzähl ihm doch die Wahrheit. Erzähl ihm, dass Miss Granger keine Träne wert ist.« Beunruhigt rieb er sich die Stirn. »Und dann?« »Astoria ist eine falsche Schlange mit einem fragwürdigen Ruf und kommt mir nicht ins Haus. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit ihn noch viel mehr von uns, von mir, entfremden wird.« »Narzissa seufzte.« »Miss Granger ist eine Mogelgeborene. Träger konnte sie sowieso nicht behalten.« Lucius runzelte die Stirn. Mir wäre Hermine lieber als Astoria. Ich frage mich, mit wem Astoria für dieses Foto zusammengearbeitet hatte. Sie ist eine dumme Gans und alleine zu ungeschickt, sich solch eine Aktion auszudenken. Außerdem hatte Draco sie schon lange links liegen lassen. Dieses Foto ist nur ein glücklicher Schnappschuss aus einem vollkommen anderen Kontext.« »Narzissa zog gleich zusammen, was Lucius keine Phase entging, er aber auch erst einmal nicht ansprach.« »Dann erzähl ihm von Astoria, wobei er vermutlich auch selber darauf kommt, wie falsch sie ist.« »Hm«, brummte Lucius und fasste an Entschluss. Er liebte Draco viel zu sehr, um ihn im Dunkeln zu lassen, und er hoffte, sein Sohn könnte ihm das verzeihen. Hermine hatte wenig geschlafen, viel geweint, und nun hatte sie keine Energie mehr. Ihr Gefühlshaushalt war aufgebraucht, und sie war endlich bereit, sich dem Thema Scheidung zu stellen. Müde ließ sie sich in den Gartenstuhl auf der Terrasse von Severus Landhaus fallen. Müde stammte sie sich, die Pergamente, die Anwalt ihr hat zukommen lassen, und packte sie mit einer kleinen Notiz in einen Umschlag, adressiert an Lucius. Es zerriss ihr das Herz, dass alles so schrecklich geendet hatte. Beim Gedanken an Malfoys Lügen und alle seiner Erniedrigungen erfasste sie erneut eine Übelkeitswelle. Tagelang wechselten sich lodenden Hass mit tiefer Trauer und dem beißenden Gefühl des Verrates ab. Jetzt konnte sie kein Fünkchen des feurigen Hasses aufbringen und war dankbar für die Taubheit, die ihr Gemüt erfasst hatte. Sie fühlte sich schwach, sinnlosen Gefühlen erlegen, obwohl er derjenige sein sollte, der in Trauer sein sollte. Hermine blickte der davonflattenen Eule hinterher, als sich die Tür hinter ihr eröffnete und der Schatten einer großen, dunklen Gestalt sich über sie legte. Langsam drehte sie ihren Kopf und blickte in zwei schwarze Obsidiane, die zu ihrem Retter in schwarzer Rüstung gehörten. Seth Seth, der zwei Gläser spritzige Limo in der Hand hielt und damit ziemlich deplatziert aussah. Die Sonne stand hoch am Himmel und brachte Sommerstimmung mit. Es war warm genug, dass Severus eine schwarze Shorts trug und ein lässiges T-Shirt. Niemand würde mir diesen Anblick glauben, schoss es ihr durch den Kopf. Er reichte ihr ein Glas und beide saßen für einige Minuten schweigend in der Sonne. »Geht es besser?« brummte er, blickte sie aber heimlich mit scharfen Augen an. Sie nickte. »Ja, ich habe die Scheidungspapiere losgeschickt.« »Was hast du dir bloß dabei gedacht?« Hermine zuckte die Schultern. »Ich hatte Angst.« »Angst, erneut meine Existenz und mein Dasein zu verlieren, nach der Sache mit Ron damals.« Severus brummte etwas Unverständliches neben ihr. Hermine schloss ihre Augen und versuchte, die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. »Ach, Frühling war immer ein Neuanfang.« »Er hatte nach dir gesucht«, sprach Severus behutsam. »Natürlich hat er das. Ein Malfoy kann niemals eine Niederlage einstecken«, konnte er sie bitter. Severus nickte. »Er wirkte«, setzte er an, wurde von ihr aber abgewürgt mit »Ich will nichts über Malfoy hören.« »Wie wieder«, erneut verstrichen schweigsame Minuten. »Ich habe mich nach einer Wohnung umgeschaut. Es gibt eine gute in Muggellondon, in der Nähe meines Büros.« »Du musst hier nicht weg«, verklang sein samtiger Bariton. »Du kannst hierbleiben, solange du möchtest.« Hermine linste zu ihm. »Ich brauche eine Unterkunft mit einer direkten Verbindung ins Büro. Nicht, dass Malfoy mich noch auf der Straße abfängt.« Nickend sah er sie an. Seine Augen zwei schwarze, unergründliche Seen. »Abwarten«. Draco ging es miserabel, aber wann ging es ihm schon gut in seinem Leben? Nur erfanden sich immer absurdere Situationen in seinem Leben von alleine. »Ich muss verflucht sein.« Heute war er zur Abwechslung nüchtern, aber das war nicht zu seinem Vorteil. Das Licht war zu grell, die Geräusche zu laut. Selbst sein Herz schlug ohrenbetäubend laut in seiner Brust. Er hatte sie überall gesucht, aber er hatte versagt. Draco hatte überall gesucht, er war sogar bei seinem Patenonkel, der ihn aber nur schroff abwies, allerdings nicht ohne ihn zu belehren, er hätte seinen Zustand selbst zu verantworten. Er hat eine Ehe an die Wand gefahren, er hatte Granger zerstört, und das hat er nicht einmal Voldemort geschafft. Draco fühlte sich elend. Nur seine Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit blieb ihm. Erinnerungen, die ihm die Luft zuschnürten, seine Brust noch enger werden ließen, aber gleich eine Droge ihn nächtelang wach hielten. Geradet hatte er sich an seine Tasse Kaffee geklammert und starrte Löcher in die Geschäftsunterlagen, ohne den Zusammenhang der Schriftzeichen zu verstehen. Es klopfte an seine Tür, und nur Träger sah er auf zu Lucius, der bereits im Türrahmen stand und ohne Einladung mit zügigen Schritten auf den anderen Stuhl vor dem Arbeitstisch in Dracos Studierzimmers zuschritt. Als gehöre ihm die Welt. Draco beobachtete seinen Vater, hatte allerdings keine Energie für eine Diskussion. Lucius griff in die Innertasche seiner Weste und stellte eine Viole vor Draco auf den Tisch. Ausnüchterungstrank Ausnüchterungstrank stand auf dem Etikett. Bitter, lachte Draco auf und blickte seinen Vater kalt an. »Ich bin nüchtern«, informierte er schroff. Lucius' Augenbrauen wanderten in die Höhe. »Welch eine Überraschung!« »Kann ich etwas für dich tun, Vater?« sprach Draco müde, Lucius' Sarkasmus ignorierend. Lucius faltete seine Hände und atte tief durch. »Nein, Draco, aber du kannst mir zuhören«, setzte er ruhig an. »Erinnerst du dich noch an deinen Hochzeitstag?« Draco nickte. »Wie du wahrscheinlich bereits geahnt hast, ist auch Miss Granger nicht aus Liebe in diese Ehe getreten.« Draco versteifte sich. Sein Griff um seinen Stift wurde fester. Er hasste die Tatsache, dass sie ihn niemals bewundert und angehimmelt hatte, wie viele andere Reinblüterinnen. Andererseits hätte er es von ihr auch nicht erwartet. Sie war zu klug und zu stolz für solche Hirnrissigkeiten. Lucius, der seine Reaktion bemerkte, fuhr fort. »Ich hatte einen Vertrag mit Miss Granger geschlossen. Sie musste einige Dinge in dieser Ehe erledigen und im Gegenzug sollte sie eine Entschädigung erhalten in Form von Marktanteilen und einer kleinen Summe Gold.« Draco wurde schlecht. »Das konnte nicht wahr sein. Meine Hermina war doch niemals so durchtrieben. Granger war quasi heilig. Sie würde niemals sich auf einen so dreckigen Deal einlassen für Gold.« Zum ersten Mal wagte er einen Blick in Lucius' Gesicht. »Tolkst«, zischte er seinen Vater an, der aber total ruhig blieb. Lucius faltete entspannt die Hände in seinem Schoß und blickte Draco emotionslos an. »Welchen Anreiz hätte ich zu lügen. Hermina hat dich verlassen. Zieh es endlich ein. Sie hätte dich ohnehin verlassen, egal ob Astoria mit dieser Geschichte an die Presse gegangen wäre.« Draco ließ den Kopf in seine Hände sinken und atmete flach. Seine Gedanken rasten ihm Unglauben. Auch wenn er Lucius nur so weit vertraute, wie er schauen konnte, ergab alles perfekt Sinn. Seine bisherigen Vermutungen liefen zusammen. Sie hatte es tatsächlich wegen Gold getan. Zunächst stieg lodernder Hass in ihm auf, dann Fassungslosigkeit. Wie konnte Lucius ihm das antun? »Wie konntest du mir das antun?« Lucius seufzte. »Du bist mein Sohn und ich liebe dich. Aber du warst ein Gefangener. Deine eigenen Vorurteile, deines Hasses und deine Mutter und ich haben keine andere Lösung gesehen. Immerhin hatte damals die Heiraten deiner Mutter mich auch botenscheiniger gemacht. Draco sah seinen Vater zunächst mit weit aufgerissenen Augen an, bevor sich wütend seine Augenbrauen zusammenzogen. Mein Leben ist nicht ein verdammtes Spiel, presste er durch zusammengebissene Zähne hervor. Am liebsten hätte er sich auf Lucius geworfen und ihn mit seinen blanken Fäusten zugerichtet, aber dazu fehlt ihm die Kraft und sein Schädel dröhnter. Und es hat nur so viel gefruchtet, als dass du tatsächlich gesellschaftlicher geworden bist, fuhr Lucius fort, als würde er über die neuesten Geschäftszahlen reden. Draco erbleichte, ihm wurde regelrecht schlecht. Was hat Mutter damit zu tun? Deine Mutter lebt, Draco, sprach Lucius und analysierte offensichtlich Dracos Reaktion. Draco seinerseits nicht wissend, ob Lucius ihn auf den Arm nahm, beobachtete Lucius. Ursprünglich wollten wir dich wach rütteln, indem sie ihren Tod vortäuschte, aber es hatte dich kaum berührt. Du hattest noch immer deine Malfoy'sche Eismauer um dich, hattest nichts geändert. Also haben wir uns etwas überlegt und dazu war Hermine das perfekte Werkzeug. Ambitioniert, klug und einer Muggelgeborener, die nicht auf den Mund gefallen ist. Alles drehte sich. Lucius ballte seine Hände zu Fäusten. Seine Mutter lebte. Sie hatte willentlich mitgemacht. Wie böse und abgebrüht konnte man eigentlich sein. Ihren eigenen Sohn in solche Situation bringen und er hatte noch um sie getrauert. Ich hasse euch. Ich hasse euch beide so sehr, flüsterte Draco. Lucius konnte ihr so etwas zutrauen, aber Narcissa? Sein Herz lag in Scherben. Seit dem Zeitpunkt der großen Schlacht gegen Voldemort hatte es sich nie erholt und nun waren die Scherben pulverisiert, nicht wiederherzustellen. Aber am meisten hasste er Hermine, denn im Vergleich zu ihr hätte Lucius und Narcissa alles zugetraut. Ihr wolltet mich bluten sehen, stellte er nun nüchtern fest. Ich habe sie geliebt, flüsterte er hinterher und übersah Lucius' geschocktes Gesicht über so viele Gefühlsbekundungen, gerade so. Lucius räusperte sich. Es wird sich eine bessere, passendere Frau für dich finden, Draco. Dracos Herz schmerzte. Eine bessere, passendere Frau. Die gab es nicht. Und wie sollte er überhaupt jemals jemandem vertrauen, nach dieser Aktion? Die Erkenntnis, dass scheinbar alle Bescheid wussten, sickerte in seinen trägen Verstand. Kalte Wut auf jeden Einzelnen ergriff ihn. Blaze, Pansy, Lucius, Narcissa, Hermine, wahrscheinlich Severus auch und die verdammten Hauselfen. Sie alle mussten davon gewusst haben, während er, wie der letzte Idiot, sich Pläder zurechtgelegt hatte. So eine passende Frau wie Astoria? fragte er zünnig zurück. In seinem Blick lodete Feuer, bereit zum Angriff, bereit zum Angriff, zum verbalen und physischen Duell. Lucius hielt seinen Blick eisern. Wenn wir schon dabei sind, Draco, da wäre noch etwas, was du wissen müsstest. Lucius wartete Dracos Reaktion ab und als keine kam, fuhr er fort. Hast du dich jemals gefragt, weshalb du Astoria noch nie im Club angetroffen hattest oder auf einer der gesellschaftlichen Partys? Nein? Nun, das liegt daran, dass Astoria von den Greengrass aus dem Stammbaum gestrichen wurde, nachdem sie Schande über die Familie gebracht hatte. Deine Astoria wurde aus dem Crowns geschmissen, von mir höchst persönlich, weil sie eine medienwirksame Affäre mit einem älteren Crowns-Mitglied hatte und außerdem weiterhin sämtliche Affären zu älteren Männern unterhielt, darunter viele verheiratete reinblütige Zauberer. Während du dein ausschweifendes Leben in Frankreich genossen hattest, hatte sie ihres hier. Wenn ich es mir recht überlege, ist sie in der Tat die passendere Partie für dich. Lucius ließ seine Worte im Raum wirken und beobachtete Draco, in dessen Sicht fährt, sich alles zu drehen begann. Alles fügte sich zusammen, alles erklärte sich. Astoria mag zufällig in der Bar gewesen sein, aber sie hatte ihn erkannt. Sie hatte sich einen Weg zurück in die Gesellschaft erhofft. Hitze breitete sich in seinem Körper aus. Plötzlich bekam er keine Luft mehr. Er erhob sich, um das Fenster zu öffnen. Etwas frische Luft würde ihm guttun. Zu schnell. Das Letzte, was er hörte, war Lucius' Stimme, bevor alles schwarz wurde und er zu Boden segelte. und er Und er in der Schwarz zu verabschieden. Und er zu verabschieden. Und er ist zu verabschieden. Vielen Dank.